Eine Aufnahme. Wir haben hier ein Kind stehen. Das wurde einfach rausgestellt, weil es keinen Attest hat. Mitten auf dem Hof, sodass sie alle Kinder der Schule sehen können. Wenn das keine Diskriminierung ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also wir sind im Faschismus angekommen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier gleich weitergeht.